Was verdient man als kleiner Finanz-YouTuber mit ungefähr 10.000 Abonnenten und insgesamt einer Million Klicks? Diese spannende Frage möchte ich in diesem Video beantworten. Und deshalb zeige ich heute meine gesamten YouTube-Einnahmen, quasi die nackten Zahlen, vom Anfang bis jetzt. Denn nur so kann man sich ein konkretes Bild machen, wie viel man mit YouTube verdienen kann und ob es sich lohnt, vielleicht sogar einen eigenen Kanal zu starten. Das mache ich natürlich nicht, um anzugeben, sondern um transparent zu sein und euch im besten Fall zu motivieren, selbst Videos auf YouTube hochzuladen. Und natürlich bringe ich etwas Licht ins Dunkel in Bezug auf die Frage, ob man als kleiner YouTuber von seinen YouTube-Einnahmen leben kann. Kurzer Spoiler, ja, kann man und heute zeige ich, wie das geht. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann würde ich mich über einen Like und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus freuen. Ein Abo wäre natürlich auch super und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du keine Videos mehr. Danke! Bevor wir damit anfangen, was ich insgesamt verdient habe, möchte ich natürlich erwähnen, dass man nicht von Anfang an Geld über YouTube verdient. Denn man muss erstmal die Zugangsvoraussetzungen für das Partnerprogramm erreichen und den Account freischalten lassen. Ich habe dafür knapp ein halbes Jahr und fast 60.000 Klicks gebraucht. Das heißt aber auch, dass ich bis dahin kein Geld verdient habe. Das erste Video habe ich am 7. Februar 2020 hochgeladen und am 29. Juli habe ich das erste Mal Geld mit meinem Kanal verdient. Nämlich genau 6,88 Euro. Und schon am dritten Tag stieg mein Verdienst auf über 20 Euro. Das war echt der Wahnsinn und hat mich enorm motiviert weiterzumachen. Geld verdient man auf YouTube, indem man seine Videos monetarisiert. Dafür muss man bei jedem Video diese Funktion einschalten und dann kann YouTube dort Werbung platzieren. Dabei gibt es, wie man hier sehen kann, verschiedene Arten von Werbung. Der Löwenanteil, fast 90%, kommt auf meinem Kanal aus den überspringbaren Werbeanzeigen, die in der Regel vor und in den Videos angezeigt werden. Die kann man nach 5 Sekunden wegklicken und so verdiene ich bei jedem Klick Geld. Wie viel man verdient, hängt dabei von sehr vielen Faktoren ab. Die Plattform Social Blade versucht dabei mit einer großen Schätzung einen Einblick zu geben, wie viel die einzelnen YouTuber verdienen und natürlich gibt es auch eine Seite zu meinem Kanal. Hier wird zum Beispiel geschätzt, dass ich zwischen 10 und 168 Euro pro Monat mit meinem Kanal verdiene. Ich kann ja aber schon mal sagen, dass es viel mehr ist. Der Grund dafür ist, dass Social Blade von einem durchschnittlichen CPM von 25 Dollar Cent bis 4 Dollar ausgeht und natürlich nicht unterscheidet, in welcher Nische man sich bewegt. Da ich in meinen Videos aber hauptsächlich über Finanzthemen spreche, ist mein CPM, also der Betrag, den Werbetreibende für 1000 Anzeigen zahlen, höher als der, den Social Blade annimmt. Das führt natürlich zu höheren Einnahmen. Im Comedy- und Gaming-Bereich ist ein durchschnittlicher CPM von 1 bis 3 Euro normal und im Bereich Automobil, Essen und Kochen kann der schon mal auf 10 Euro ansteigen. Und im Finanzbereich sieht es dann nochmal ganz, ganz anders aus. Denn der Wert steigt manchmal für kurze Zeit unglaublich stark an. Teilweise bis zu 200, 300 Euro und manchmal sogar auf 600 Euro. Das ist echt der Wahnsinn und natürlich verdient man dann auch mehr Geld mit seinem YouTube-Kanal. Aber wie sieht das nun bei mir aus? Wie ich ja schon gesagt habe, ist der CPM im Finanzbereich höher als in anderen Nischen. Grundsätzlich kann man wohl von mindestens 15 bis 20 Euro pro 1000 Klicks ausgehen. Die Obergrenze bestimmt dann wieder speziell die Themen der Videos, die Zeit im Jahr, denn zum Jahresende werden meist die Budgets nochmal ausgereizt. Und so steigt der CPM im Vergleich zum Rest des Jahres, aber vor allem durch die Konkurrenz. Denn YouTube-Werbung ist ein Auktionssystem. Das heißt, dass der Werbetreibende, der das meiste zahlt, eben auch angezeigt wird. Und da die Margen im Finanzbereich höher sind, weil man viel automatisieren kann, können Werbetreibende mehr zahlen bzw. sich auch mal überbieten. Ich denke, genau das führt dann auch zu den kurzzeitig absurd hohen CPM, die ich dir ja schon gezeigt habe. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass man auch als kleiner YouTuber, zum Beispiel mit 10.000 Abonnenten, schon genügend Geld verdient, um davon gegebenenfalls leben zu können. Es ist gar nicht notwendig, dass man erst eine Million oder mehr Abonnenten sammeln muss, damit man sich mit YouTube selbstständig machen kann. Das geht, wie man an meinem Beispiel gut sehen kann, schon weit früher. Mein durchschnittlicher CPM liegt über die gesamte Zeit meiner Monetarisierung, nämlich bei 20,37 Euro. Werbetreibende zahlen also im Schnitt 20 Euro, damit ihre Werbung 1.000 Mal auf meinem Kanal angezeigt wird. Und wenn man jetzt mal nur die letzten 28 Tage betrachtet, dann ist der CPM sogar nochmal höher, nämlich 24,44 Euro. Das ist das Siebenfache von dem Maximum, welches Social Plate für meinen Kanal angegeben hat. Und dabei gibt es genug Kanäle, deren CPM nochmal weitaus höher ist. Ich bin da längst nicht das Ende der Fahnenstange. Der interessante Wert ist aber gar nicht der CPM, sondern der RPM. Denn der gibt an, was schlussendlich wirklich brutto auf meinem Konto landet. Und dieser Wert liegt bei mir im Durchschnitt bei 14,54 Euro pro 1.000 Klicks. In den letzten 28 Tagen sogar bei fast 17 Euro. Spannend ist auch, dass der CPM und auch der RPM über die Zeit höher geworden ist. Das liegt vor allem daran, dass meine Watchtime verhältnismäßig hoch ist und Zuschauern pro Klick mehr Werbung angezeigt wird. Wie man sehen kann, ist der RPM von anfänglich 5 bis 9 Euro auf 18 bis 20 Euro angestiegen. Das heißt natürlich, dass ich heute pro 1.000 Klicks mehr verdiene als zu Beginn der Monetarisierung. Auf den jeweiligen Monat gerechnet, sieht das bei mir dann so aus. Im ersten Monat habe ich 39,27 Euro verdient. Was gar nicht so schlecht ist, wenn man bedenkt, dass ich nur die letzten drei Tage im Juli 2020 im Partnerprogramm war. Im nächsten Monat habe ich schon 614 Euro verdient und durch mein erstes virales Video ist mein Verdienst im vierten Monat gleich auf 1.370,13 Euro angestiegen. Da war ich ganz aus dem Häuschen und habe leider auch gedacht, dass es so weitergeht. Wie du sehen kannst, haben die Klicks und somit auch die Werbeeinnahmen wieder nachgelassen. Und alles hat sich wieder normalisiert, sodass ich 2021 insgesamt 9.370,98 Euro allein mit YouTube-Adsense-Einnahmen verdient habe. Das sind für meinen kleinen Kanal im Durchschnitt 781 Euro pro Monat, obwohl ich mit nur 5.000 Abonnenten ins Jahr gestartet bin. Insgesamt habe ich bisher 13.799,46 Euro verdient. Das sind natürlich noch nicht alle Einnahmen, die man als YouTuber so hat. Denn das Gute ist ja, dass man quasi selbstständig entscheiden kann, wie viele zusätzliche Einkommensquellen man sich aufbaut. Die bekanntesten sind sicher die Affiliate-Links, die man meist in der Beschreibung oder einen angepinnten Kommentar findet. Und natürlich nutze auch ich die Chance, darüber Geld zu verdienen. Natürlich bin ich immer ganz transparent, welche der Links Affiliate-Links sind und welche nicht. Erkennen kannst du sie an diesen Sternchen und am Ende der Beschreibung findest du den dazugehörigen Hinweis. Und immer wenn jemand von euch diese Links benutzt, habt ihr keinerlei Nachteile oder Mehrkosten. Und ich bekomme eine Provision. Im Fall vom Vivid-Konto erhältst du sogar ein Guthaben und hast die Chance auf lukrative Cashback-Aktionen. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in der Beschreibung. Insgesamt habe ich im Bereich Affiliate bisher 1.512,41 Euro, also knapp 100 Euro pro Monat verdient. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger und in wenigen Monaten auch mal komplett null. So ist das. Man kann sich zu Beginn des Monats nie sicher sein, wie viel man verdienen wird. Und da dies auch enorm von der Performance der YouTube-Videos abhängt, kann es auch schnell mal stark ansteigen und im vierstelligen Bereich landen. Das ist mir zwar noch nicht passiert, aber das ist alles andere als unmöglich. Und auch wenn sich 100 Euro pro Monat jetzt nicht besonders viel anhören, muss man bei einer Dividenden-Strategie mit einer durchschnittlichen Dividende von 3% erstmal 40.000 Euro sparen und investieren, um 100 Euro passiv verdienen zu können. Wenn man das auf diese Weise betrachtet, sieht das nämlich schon wieder ganz anders aus. Im Schnitt habe ich also um die 900 Euro pro Monat durch meinen YouTube-Kanal verdient, in den letzten Monaten eher um die 1.000, 1.200 Euro, da ich zu Beginn des vorigen Jahres natürlich weniger verdient habe. Gleichzeitig wird eine steigende Tendenz deutlich und das heißt, dass mein Verdienst auch dieses Jahr wieder steigen wird. Ich bin schon gespannt, wo wir zum Ende dieses Jahres landen werden. Jetzt weißt du, wie viel ich mit meinem Kanal bisher verdiene und insgesamt verdient habe. Natürlich klingt das für den einen jetzt besonders viel und andere werden meinen, dass es doch recht wenig ist. Und beide Seiten haben recht. Im Vergleich zu einem gut bezahlten Job sind meine YouTube-Einnahmen bisher noch sehr gering. Wobei man aber auch beachten muss, dass ich durch den Job als YouTuberin jeden Monat viel geringere Ausgaben habe, weil ich weder ein Auto noch die richtigen Sachen, Frisur oder Ähnliches brauche. Ich muss nur in mein kleines Studio gehen und kann Videos aufnehmen. Das plus meine minimalistische Lebensweise sind die Gründe dafür, dass ich jetzt schon von meinen Einnahmen leben kann. Es ist also möglich, wie du siehst. Ich